hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute präsentiere ich euch die star rockets von veco feuerwerk gibt es bei lidl für 2,99 sind sechs raketen kleine raketen zweimal die grüne zweimal die blaue und zweimal die rote für den preis eigentlich relativ gut sind zalega raketen also keine schütt raketen und ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal raus und testen sie viel spaß so leute star rockets von lidl 2,99 wir finden jede rakete doppelt und gucken ob sich diese drei euro lohnen fangen an mit der roten los geht's also da kann man jetzt auch nicht viel erwarten so kleine raketen eigentlich ganz okay ich meine drei euro zerleger raketen warum nicht jetzt kommt die blaue kleine blinker kurze blinker okay jetzt die grünen also ich denke für drei euro gehen die voll fit kann man mitnehmen auf jeden fall finde ich gut viel spaß bis zum nächsten video bis zum nächsten da j j j j j j j Bis zum nächsten Mal.